Yo, hallo und herzlich willkommen. Wir spielen jetzt mal ne Runde, ähm, hier, wie heißt es? Star Wars Battlefront? Genau. Äh, eigentlich schon. Ähm, ja, jetzt mal. Ja, ich bin auch dabei, ich spiele nur nicht, ich sitz nur daneben. Ja, das ist der kleine Lukas, der einfach keine Ahnung hat. Ähm, wir haben momentan... Max spielt, er ist übrigens, äh, sieben. Nur für die, die sind... Meine Mutter ist eben irgendwas, so ein kleiner Bovo. Hast du dir die Uhr gestellt, von wegen 15 Minuten. Fängt ja schon toll an, hier muss man ja direkt mal sagen, direkt klasse. Ja, die erste Folge ist schon mal ein bisschen länger, kann man ja schon sagen. Naja, was soll's. Ähm, und zwar, wir spielen das jetzt nur mal so. Weil eigentlich hatten wir andere Sachen vor. Aber wegen technischen Problemen... Bloß der kleine Lukas hat so ein paar technische Probleme. Dazu zählt natürlich auch jetzt die vermutlich sehr, sehr schlechte Soundqualität unserer Stimmen. Das wird sich dann demnächst hoffentlich ändern. Ähm, achja, mal schauen, wie das jetzt hier weitergeht. Das ist jetzt mal unser Anfang hier. Und, ja, wir dachten, machen wir das einfach mal. Also, das könnte man fast letzte Nostalgie nennen, was es wahrscheinlich auch werden wird. Weil, oh, 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 das sind ja Feinde. Scheiße, Scheiße, Scheiße. So, bluuuuhhhh. Oh, das ist so inkompetent, ne? Ja. Ja. Wie man sieht, ich bin... Ist er sehr schlecht? Ziemlich schlecht. Ich hab das, also, wir haben das mal ne Zeit lang... Richtig derbe gesucht. Das war schon ein paar Jahre her. Da war ich auch richtig gut. Ich auch. Also, das muss man ja sagen. Aber irgendwie in letzter Zeit... Wir waren richtig gut. Ähm. Ja. Also, wir waren gut. Wir waren richtig, wir waren richtig geil. Aber da wir das jetzt schon wieder ein paar Jahre nicht mehr gezockt haben... Das Spiel ist auch uralt, ich weiß gar nicht, wann das ist. Ähm, das ist auch uralt. Ich glaub ich von 2000... Ich hab hier schon geile Antwort nebenliegen, ich kann ja mal gucken, wann das ist, damit wir jetzt keinen Crap vertippen. Auf jeden Fall richtig alt. Ähm, ja, wir haben's... Ich hab's ewig nicht mehr gezockt. Also, ich hab's mir jetzt vor kurzem nochmal bei Steam gekauft, weil es nicht lief mehr. Die Lösung war übrigens, dass man ein Mikro in den Wecker schicken musste, damit das Spiel lief. Es ist unrealistisch. Ja, es ist... Was? Wieso? Er ist richtig krank. Ähm. Ja, wir dachten, wir spielen das jetzt einfach mal, weil... Warum nicht? Weil wir eh zu viel Zeit haben und... Ja, es ist ein bisschen... Ja, es ist ein bisschen scheiße eigentlich. Irgendwie haben wir nur sehr wenige Let's Plays davon gefunden und dann... Ja. Haben wir uns gedacht, machen wir's mal. Und zwar wird der Lukas, der kleine Bobo, ja... Wahrscheinlich... Der Single-Flayer, wahrscheinlich irgendwann mal... Dann den Single-Flayer auch nochmal aufnehmen. Oder ich, mal sehen. BÄM YONNE! BÄM! Oh, ich hab einen umgebracht. Ähm... Ja, und dann schauen wir mal, wie das dann weitergeht. Auf jeden Fall, Single-Flayer wird wahrscheinlich noch aufkommen, wenn es funktioniert. Bei Lukas... Er wollte eigentlich schon lange anfangen mit aufnehmen. Ging leider nicht. Keine Ahnung. Irgendwie haben wir Thress und so nicht vertragen bei mir. Das hat sich irgendwie bei ihm nicht vertragen. Oh Gott. Irgendwie hat sich das... Ich hab noch ne Mine raus. Haha! Da muss doch ne Granate drauf. Achso. Hat sich auf jeden Fall nicht vertragen. Deshalb... Ähm... Oh, ich bin fast tot. Ah, fuck! Deshalb... Ähm... Ja, gut. Kommt, was ist jetzt? Wir sitzen hier leider zusammen an einem PC. Das war's mit dir. Das ließ sich leider nicht anders regeln. Und... Nehmen auch leider nur mit einem Mikro auf, weil auch das sich nicht anders regeln ließ. Wir sitzen hier bestimmt schon so... Weiß nicht. Ne Stunde oder so am PC und haben versucht, das mit zwei Mikros zu machen. Und es ging nicht, weil es war irgendwie crappy. Deshalb ist jetzt wahrscheinlich auch die Qualität so schlecht, weil es alles mit einem Mikro ist. Wahrscheinlich ist es bei meinem... Äh... Ist bei meinem Computer die äh... Dingens... Die Dingens? Hm? Die Buchse kaputt. Ja genau. Am 21. September 2004 möchte ich übrigens mal erwähnen. Und man muss sagen, für dieses Datum... Diese Grafik ist eigentlich ziemlich geil, ne? Ja, man kann das hier selbstverständlich auch... Oh, oh, oh! Auf Ego spielen. Und man kann natürlich auch direkt erstmal richtig verkacken. Ja, auf Ego spielen. Was mir übrigens auffällt, ich sollte vielleicht nicht immer so oft bei dir reinlabern, weil... Ja. Fällt mir einfach so oft. Mega aber! Ja, ja. Ist übrigens ab 16. Wir sind natürlich schon 16. Und deswegen... Ja, ich bin tatsächlich schon fast 16. Und Lukas auch. Ja, ich werde im Dezember 16. Ja, ich... Ja, ich... Ich... Ja, ich... Ja, ich schuhe einfach geile Schnitter. Einfach geiler als du. Ähm... Ja, ich hab hier so ein cooles Ding. Das ist so ein... Das sieht eigentlich aus... Oh... Das sieht eigentlich aus... Das sieht aus wie so ein... Wie so ein... Wie so ein elektrischer Penis. Alter... Du sagst nicht immer so doppeldeutige Scheiße von den Richtern, ey. Ähm... Das ist übrigens ein... Dildo mit Zieferrohr... Nein, nein, nein. Nein, es ist ein... Es ist ein Erschutzloch. Es ist voll. Es ist voll. Schießt mit... Leuchten mit Schweren drin und... Ja... Das Ganze ist hier ja... Bemerkt voll jugendfrei. Nein, ihr kennt das schon alle von mir, Typ. Hm... Wir möchten natürlich keinen Namen erwähnen. Wieso liegt denn da... Da musst du ne Sprengen... Sprengen... Meine Mutter... Ach, halt zum Maul. Ich frag doch eh keiner. Boah... Oh, ey... Das musst du denn abgewöhnen. Das ist doch immer richtig schlimm. Huch... Ah, da, da ist doch... Alter... Oh, guck mal... Oh, guck mal... Boah, war nicht gut. Ja, jetzt kannst du erst mal direkt einen drauf... Oh, wieso musst du denn jetzt nachhören? Leck mir die Eier! Huah... Huah... Oh... Der hat toll funktioniert. Ja... Direkt erst mal dick gegen die Kante geworfen. BUM! Jone! Keiner verreckt bei uns und so, sagst du. BUM! 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 Übertreib mal nicht mit dem Lautstark und so. Ja, ich kann mir ja auch so ein geiles Ding hinpacken, dann heil ich mich selber und so. Das ist ziemlich... Alter, wie ich abgehe! BUM! Man muss übrigens mal sagen, ich höre gerade gar nichts, das hört alles nur er. Weil wir leider mit einem Headset aufnehmen. Ah, wie gesagt! Fuck! 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 Nein! Oh Gott! Alter, was hier abgeht, ey! Ist das Sinn? Ha, jetzt haben sie dir gegeben! Ja, wir müssen leider mit einem Headset aufnehmen, es ließ sich nicht anders regeln. Richtig behindert! Ich nehme halt die Truppe hier, die haben wir gerade freigekriegt. Ähm... Ja, tut mir leid, finde ich jetzt so ein bisschen von Nuva. Aber wie gesagt, ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Es ist doch nicht meine Lieblings-Map, die wir hier gerade spielen. Meine schon! Ich finde sie richtig geil, das muss man mal sagen. Also, ich bin ja Fun... Ich bin ein sehr großer Fun. Ja, Fun bin ich. Junge. Von Mykito. Dingenskirchen. Ach, Dingenskirchen, alles klar! Ja, Dingenskirchen! Das war so eine... Stopp! Bum! Junge, da habe ich ihn geblieben! Ach, genau! Die finde ich eigentlich... Also, ich finde sie sehr geil. Das war immer meine Lieblings-Map, damals weiß ich noch. Aber gut, das ist glaube ich dann jedem selber so. Ähm... Ja, wenn ihr es mal anzocken wollt, müsst ihr es euch leider kaufen. Es kostet nur 10 Euro und ich finde... Nein, 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 das stimmt nicht. Bei Steam kostet es 9 Euro, im Laden kostet es 10. Wenn man es denn nochmal findet. Ja, mein Gott! Ich habe nämlich... Ich... Es lief ja... Oh Gott! Oh Gott! Es lief nicht... Es lief nicht und ich habe wirklich... Ich bin durch halb meine Stadt gefahren. Durch halb meine... Ja, genau. Ich bin durch halbe... Nee, eigentlich durch die ganze Stadt gefahren. Zu jedem scheiß Elektronikmarkt, Saturn, Mediamarkt, alles. Ich habe dieses verfickte Spiel nicht auf DVD gefunden. Ich weiß nicht warum... Äh... Oh Gott... Es gibt schon Stimmung. War aber leider so... Oh... 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 Ja, ich bin auf jeden Fall quer durch die Stadt gefahren zu jedem Ding. Ich habe dieses verfickte Spiel nichts gefunden. BZW, ich war wirklich bei Saturn und so, wo sie dann um 6 Uhr abends schon geschlossen hatten. Am Wochenende, was ziemlich krank war, finde ich. Oh Gott. Einfach mal reinholz, so sagst du. Oh, Alter, ich habe... Nee, doch nicht. Ja, war ziemlich heftig. Dann war ich so abgefuckt. Ah, Alter, wenn hier jemand eine Granate reinhübt, ne? Dann habe ich es einfach mal bei Steam geholt. Problem ist bei Steam natürlich immer, dass es so lange dauert runterzuladen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe momentan noch eine richtig schlechte Internetverbindung, was immer ziemlich abwackt. Aber, das geil ist, ich ziehe bald um und dann kriege ich eine bessere. Hoffentlich. Nee, das habe ich schon abgemacht. Das ist ganz... Oh, der Hammer. Das ist mir ganz wichtig, weil meine Internetverbindung geht gar nicht. Ich kann teilweise noch nicht mal bei Videos auf 480p gucken. Das ist richtig... Alter. Das ist richtig krank, was hier abgeht. Ha, ha, ha. Ähm, jo. Und, ja. Ja, scheiße, Granate. Hammer. Ja, viel... Ja, natürlich. Die Granate explodiert, 5 Sekunden sterbe ich. Das ist... Ach, das ist doch typisch, die ja geile Internetverbindung. Ach, guck mal, jetzt kann ich die hier nehmen. Die habe ich auch gerade irgendwie freigekriegt. Ähm. Ja. Ich werde im Übrigen die Videos hochladen, weil er immer noch ist. Ich bin jetzt nächste Woche, also es ist jetzt gerade Freitag, und ich fahre am Sonntag auf Klassenfahrt. Freitag, ja? Ja, es ist heute Freitag. Ne, nichts mehr. Ich fahre dann am Sonntag auf Klassenfahrt. Eine Woche. Das heißt, wenn, dann werden wahrscheinlich erstmal Sachen von Lukas kommen. Also, das hier wird wahrscheinlich auch von Lukas hochgeladen, und dann kommen wahrscheinlich auch Singleplayer-Sachen von ihm. Ich bin eine Woche nicht da, wie gesagt. Und dann habe ich auch nur zwei Wochen Schule, und dann bin ich wieder zwei Wochen weg. Schön, dann hat er keiner Sonnenliegen, sagst du. Ähm, also ich bin momentan ganz viel unterwegs, deshalb... Oh, kommt von mir wahrscheinlich eher weniger tiefer in den nächsten paar Wochen. Aber dann werden wir uns ransetzen. Kommen wird auf jeden Fall noch Borderlands 1, weil das Spiel ist mega geil. Auf jeden Fall, guck mal. Hoffentlich wird noch DayZ kommen, was wir eigentlich... Ja, das wollen wir ursprünglich jetzt machen, aber... DayZ fackt uns einfach mal wieder ab. Aber DayZ musste sich natürlich updaten, und läuft nicht. Also ich komme auf keinen Server drauf. Und bei mir ist das Problem, da kriege ich irgendeinen Endrohr. Ja, das ist richtig komisch, weil Lukas... Ich weiß auch nicht wieso, ich habe es genauso installiert, wie bei meinem alten PC. Da lief es, und das ist nicht mehr... Also, man muss dazu sagen, wir wollten eigentlich schon viel länger... Na, er ist ja behindert. Wir wollten eigentlich schon viel früher anfangen mit aufnehmen, und so. Allerdings hatte Lukas nur so ein Krippel-Pitzchen. Das ist geil. Das heißt, wir mussten... Wie der mal rumgebeilt hat, ey. Alter, man kommt hier raus, Krippel-Pitzchen. Das heißt, wir mussten warten. Alter! Wir mussten noch warten. Jetzt hat er seinen neuen Computer. Wir wollten anfangen aufzunehmen. Und es ging nicht. Und es ist richtig behindert. Ich habe zum Teil wirklich vier Stunden Updates für irgendwas runtergeladen, und das ging immer noch nicht. Ja, das ist wirklich spannend. Also, es hat wirklich ewig gedauert. Der Set wollten wir machen, weil wir lieben dieses Spiel einfach beide. Äh, es ist wirklich geil. Wahrscheinlich kennt ihr beide, alle. Äh, wahrscheinlich kennen das so ziemlich alle. Ja, weil es ist einfach mega bekannt. Äh, wahrscheinlich... Äh, richtig hart geflamed, aber es ist... Oh, oh, das ist ja ein Feind. Aber es ist uns so scheißegal. Ja, es ist einfach so. Guck mal, auch wenn ihr uns jetzt sagt, hier, von wegen, wir machen den und den nach. Ich will mal keine Namen nennen. Es ist nun mal so, man kann es nicht anders. Egal, was man spielt, es wird schon mal gespielt, also macht man irgendwie nach. Und es ist einfach Hammer, ja. Und es ist uns scheißegal. Es ist ne Mine, renn da nicht raus. Ja, hab ich vor. Es ist uns auch eigentlich ziemlich egal, weil wir machen es trotzdem. Wir werden es auch hochladen, weil... Also, Tipps sind natürlich schon nützlich, ist klar. Aber wir werden auf jeden Fall... Oh, na Hammer. Also, Kritik. Wir werden auf jeden Fall Sachen hochladen. Kritik gerne, aber wirklich nur angebrachte Kritik. Also, nicht solche Kommentare wie, irgendeiner wird voll Scheiße, weil da kann man nichts mehr anfangen. Ja, wie gesagt, um die technischen Sachen wie Soundqualität, blablabla, etc. Kümmern wir uns noch um. Kümmern wir uns jetzt so. Also, wahrscheinlich wird das jetzt ein paar Wochen dauern, weil ich bin ja weg und so. Blablabla, wie schon gesagt. Ähm, und deshalb... Ja, wird das ein bisschen dauern. Aber es wird alles, wird alles. Kommt mit der Zeit. BÄM, Junge! Ah, wirft doch eine Granate, du Fortschrug! Stab, gell. Direkt erstmal ihr Jungs, meine. Ja, na klar, ist alles Jungs bei ihr. Ich bin doch selber noch. Jung. Hm, wir sind ja alle... Ich hab meinen Winter schon erlebt, aber... Was? Das hätte mein Sommer heute nicht gesagt. Was ist der Winter, der? Alter. Na, mach mal mal so. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Kann ich jetzt schreiben? Wie schreibe ich denn? Mit T. Ja, ach, warum? Du, du bist mit T laufen, Alter. Ich guck die ganze Zeit unten. Und was willst du jetzt schreiben? Macht. Nein. Nein, Alter, du musst nicht immer direkt verleidigen werden. Ja, natürlich, Junge! Ich bin mir nicht mal sicher, ob das ein deutscher Server ist. Ist mir doch egal. Da sind bestimmt Deutsche drauf. Ähm, ja. Hm? Hm? Doch, das ist... Alter, was da oben abgeht, ey, das kannst du gar nicht richtig lesen, weil es sofort wieder weg ist. Also, ich würde ganz gerne... Das war ich gerade mal. Alter, ich will nur mal sagen, Alter. Alter, das ist das Video drauf. Ist das hier drin? Ich würde dann ganz gerne mal endlich mal ein Map haben. Ich weiß gar nicht, bis wieviel jetzt hier das Caption her geht. Es ist Flagge. Ja, ja. Äh, wahrscheinlich bis fünf. Hammer. Ja, ist so. Frag doch mal. Nein, die war nicht. Das dauert zu lange. Das ist auch öde, wenn man im Let's Play ständig nur am Chatten ist. Aber lecker und so. Äh, wieso bin ich denn jetzt gestorben? Weil vor dir ein Gegner saß und dir mit einer Schrotflinte richtig dick ins Gesicht gedrückt hat. Ach, war das ein Schrotflint? Ich dachte, ich wäre ja so ein Schwungluck, ey, denk. Naja, Kian. Sniper war ich immer für richtig gut. Ja, geht mir auch so. Da hab ich immer so Non-Scopes gemacht, richtig dick, aber das kann ich, glaub ich, nicht mehr. Ja, weil man hat ja auch beim Snipen, wenn man nicht zoomt, äh, einen... Einen Nicht-Punkt in der Mitte zum Zielen, wie man sehr schön sieht. Man hat nichts in der Mitte. Also, das Fadenkreuz fehlt einfach prinzipiell. Und irgendwie... Ja. So ist es halt. Man könnte auch mal erklären, was man für Waffen hat, aber irgendwie... Erklärt das fast von selber. Ja, das ist hier so ein Sniper-Rifle. Scharfschütze erklärt sich von selber. Zoomt man immer mit Mittelklick. Das ist oben, über dem Gewehr, unten links, sind die Granaten. Das hier ist so ein kleiner Geschützt-Surm. Den kann man so in die Welt planten und dann ballert der andere Feinde ab. Das ist so eine normale Pistole. Unendliche Munition. Kann überwetzen. Das unter der Waffe ist mein... Das ist übrigens so ein Autolink. Ja, genau, das ist so ein Autolink. Ähm... Das... Unter meiner Waffe ist ein... Lebensbalken. Ich blende mal hin. Ist mein Lebensbalken, genau. Und ein Ausdauerbalken. Und das da drunter, das gelbe ist mein Ausdauerbalken. Oh! Oh! Vielleicht sollte ich es erklären, weil du bist irgendwie mit dem Gedanken woanders, sag ich mal. Da sieht man übrigens auch schön in weiß diese ganzen Sachen da. Was? Also was der so in der Hand hat. Du hast natürlich direkt erstmal weggekriegt. Achso. Naja, egal. Ich habe übrigens gerade auf dem Bildschirm gezeigt, weil man das im YouTube hier auch so schön sieht. Das stelle ich mir gerade so fest. Ja, du bist einfach eine kleine Mongo. Ja, so sieht's aus. Ich sitze immer zu Hause und sabbe alles durch. Oh, schön. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hab ich ihn umgebracht? Wahrscheinlich nicht. Oh, 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 oh. Das war Kollege mit weggepfiffen. Ja, aber du hast doch den Jinker gezählt. Oh, 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 oh. Wookie! 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 Oh. Ha, ha, auf die Fresse. Ja, ich bin eben mit einer Moop. Mit den Truppen sowieso. Man kann übrigens, eh, no name, indem man einfach das Name A angibt und... Ja, du bist aber ganz schnell gekickt worden. Ja, das ist ziemlich nervig, aber ich finde es auch immer voll öde, wenn jemand das macht. Genauso wie Elmbots und Hex finde ich die richtig behindert. Ja, ja, ist klar. Das macht zwar übrigens manchmal ein bisschen Spaß, aber irgendwie finde ich es öde.